Ich habe etwas gesucht, was mich mehr unterstützt, meine innere Unruhe auszugleichen. Ich nehme jetzt Nervoregien. Das hilft mir, meinen Fokus zu finden. Das hilft mir, einzuschlafen. Das nimmt mir diese innere Unruhe. Das gibt mir Stabilität und das hilft mir einfach, organisierter durch den Tag zu gehen und entspannter aufzuwachen, die Kraft für den Tag zu finden. Das ist ein Schweres, ein Schweres und Schweres. Das ist ein Schweres. Das ist ein Schweres, das ist die Tage. Das ist ein Schweres. Das ist die Zeit. Ich bin eine Schlagnose, eine große Stabilität und die Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020